Willkommen am Online-Campus der Fährinnen-Porsche FernfH. Bitte melden Sie sich an. Unser Online-Campus begleitet Sie als Lernplattform durch das gesamte Fernstudium an der FernfH. Die Präsenztage finden an unserem Standort in Wiener Neustadt statt. Der Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik schließt mit dem akademischen Grad Bachelor of Arts in Business ab. Das Fernstudium dauert sechs Semester und kostet 363,36 Euro plus ÖH-Beitrag pro Semester. In der Wirtschaftsinformatik ist es oft so, dass man sehr schnell, sehr technisch wird. In unserem Studiengang hingegen ist es immer die Perspektive der Wirtschaft, die wir einnehmen und aus Sicht der Wirtschaft, aus Sicht der Geschäftsprozesse in einem Unternehmen untersuchen, wo kann man hier Informatik sinnvoll und gut einsetzen. In unserem Studiengang gibt es drei Vertiefungsrichtungen. Business Engineering, Software Engineering und System Management und Security. Der wichtigste Beweggrund war für mich, dass ich meine Flexibilität nicht verliere. Zum Beispiel, wenn ich auf einer längeren Geschäftsreise bin, dass ich nicht denken muss, oh Gott, ich muss jetzt das Studium unterbrechen. Ich habe mich für Wirtschaftsinformatik entschieden, weil ich in meiner höheren Schule schon eine wirtschaftliche Ausbildung absolviert habe, danach in meiner Lehrzeit eine technische Ausbildung und jetzt mit dem Studium will ich eigentlich beides kombinieren und das Wissen noch vertiefen. Methodisch setzt sich ein Fernstudium an unserer Hochschule aus drei Elementen zusammen. Den Präsenztagen, den Online-Phasen und Studienheften. Dreimal pro Semester kommen Sie für je zwei Tage hier in Wiener Neustadt gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen zusammen, um in Form von Vorlesungen und Workshops mit dem Lehrenden den Lehrstoff zu erarbeiten. In den Online-Phasen dazwischen werden Sie über einen Online-Campus betreut. Hier finden Sie weitere Lernmaterialien vor und Sie tauschen sich mit Ihren Kolleginnen und mit den Lehrenden in einer virtuellen Kommunikation über die Themengebiete aus. In den Studienheften sind die Themen schriftlich aufbereitet und Sie haben die Möglichkeit, sich hier noch einmal vertiefend damit auseinanderzusetzen. Bereits während meines Studiums konnte ich das Erlernte in meinem Job anwenden. So konnte ich erstmalig auch den betriebswirtschaftlichen Partner des Jobs vollständig verstehen. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist das Netzwerk, das man während des Studiums aufbaut. Solche Kooperationen sind es, die einem die richtigen Türen öffnen können, die sonst eventuell verschlossen bleiben. Sie haben Interesse an einem Fernstudium an der FernfH? Dann bewerben Sie sich online auf unserer Website. Nutzen Sie Ihre Chance auf berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Unter www.fernfh.ac.at und bei unserer Studieninfo erhalten Sie alle weiteren Informationen.